Moin Leute, heute geht es um die Abfahrtskontrollkarte für die Klasse C1 für einen Mercedes Sprinter. Karte 1. So, Frage 1. Aufgaben vor Fahrtantritt am Fahrtenschreiber. Natürlich ist der Fahrtentreiber bei euch vorne im Fahrerhaus. Zunächst einmal müsst ihr natürlich die Zündung anmachen des Fahrzeugs, damit das Kontrollgerät auch Strom hat. Und dann müsst ihr einfach nur erklären, wie ihr morgens vor Fahrtantritt die Karte reinschmeißt und was ihr euch alles fragt. Also, wir haben dieses Kontrollgerät hier, dann drücken wir 2-3 Sekunden halt mit diesem Knopf gedrückt. Dann geht der Kartenschacht auf. Machen die Klappe unter. Fahrerkarte einstecken, heißt Pfeil nach oben. Euer Bild von euch, das auf der Fahrerkarte drauf ist, müsst ihr nach unten zeigen. Macht die Klappe wieder vor und macht per Hand einfach die Kiste wieder zu. Dann lädt das System kurz und fragt dann natürlich nach einem Nachtrag. Dann könnte der Prüfer natürlich fragen, was ist der Nachtrag? Der Nachtrag heißt einfach nur, was habt ihr gemacht in der Zeit, wo ihr die Karte zum Beispiel gestern Abend rausgesteckt habt und morgen wieder eingesteckt habt. Was habt ihr in diesem Zeitraum gemacht? Damit bestätigt ihr erstmal auf Ja, das Ding steht auch auf Ja. Und dann am Ende des Tages fragt euch das Gerät noch nach deinem Anfang Land. Heißt, in welchem Land ihr startet. Nachdem ihr das gemacht habt, ist eigentlich die Frage beantwortet. Klar, danach muss man noch eine Abfallkontrolle machen. Das ist aber nicht die Frage. Also, was ich gerade erklärt habe, Karte reinschieben, einen Nachtrag machen und das Anfang Land bestätigen. Lage 2. Kontrolle des Standes der Bremsflüssigkeit. Unser Mercedes Sprinter hat natürlich eine Bremsflüssigkeit. Ein großer LKW hat natürlich keine Bremsflüssigkeit, aber wir müssen ja immer das überprüfen, was unser Auto hat. Wie gesagt, unser Auto hat die Bremsflüssigkeit, also gucken wir sie auch nach. Natürlich, kennt ihr es vom Auto, natürlich müsst ihr erstmal die Motorhaube entriegeln. Und dann geht ihr hier vorne hin, müsst ihr hier nochmal entriegeln. Zack. Wichtig. Einmal sichern. Und dann gucken wir uns an, wo die Bremsflüssigkeit ist. Wir erklären die Fahrstelle mal so. Hier, wenn ihr im Fahrzeug sitzt, sind hier natürlich auch die Pedale auf der Seite, auch die Bremse. Und dann ist auch hier die Bremsflüssigkeit. Nachdem ihr den richtigen Behälter natürlich gezeigt habt, müssen wir natürlich jetzt nachgucken, ob wir noch genug Bremsflüssigkeit im System haben. Das machen wir natürlich, indem wir einmal genau gucken. Und hier steht zwischen Minimum und Maximum muss das stehen. Und da steht natürlich zwischen Minimum und Maximum. Falls was fehlen sollte, wird das auch im Bordcomputer angezeigt. Und ganz, ganz wichtig, ihr dürft eine Bremsflüssigkeit nicht selbst nachfüllen. Frage 3. Prüfen die Reifengröße anhand der Zulangungsbescherung Teil 1. Fahrzeugschein. So, zunächst einmal müssen wir uns natürlich den Fahrzeugschein dazuholen. Bei uns ist ja im Fahrzeug in einer blauen Mappe eine Kopie. Damit ihr mal gut gucken könnt, wenn wir euch den Originalfahrzeugschein geben würden, könnt ihr uns alle zwei Monate einen neuen besorgen. Wie gesagt, eine Kopie vom Fahrzeugschein. Und dann gehen wir immer zu einem Reifen hin. In dem Fall gehen wir zu der Vorderachse hin. Und ganz wichtig, müssten wir jetzt hier mit meinem Zweiachsfahrzeug uns natürlich auch die Vorderachse angucken. Die Zeile für die Vorderachse. So, dann gucken wir uns das an und vergleichen dann erstmal. 205, da steht 205, 75, 75, R, R und 16, 16. So, die Zahlen stimmen schon mal. Jetzt natürlich die ganz, ganz große Frage, wofür stehen die Zahlen? Die 205 steht für 205 Millimeter. Also 205 Millimeter ist die Lauffläche des Reifens. Von hier bis hier. Dann der nächste Wert ist die 75. 75 heißt 75 Prozent. Und 205 Millimeter Lauffläche ist die Reifenhöhe des Reifens. Von hier bis hier 75 Prozent von 205. Dann R steht für radial, wie der Reifen geflochten ist. Radial. Und die 16 steht für 16 Zoll. 16 Zoll heißt der Reifenindurchmesser. Viele sagen Fällen größer, aber wenn man genau das sagen möchte, der Reifeninnendurchmesser und 1 Zoll sind 2,54 Zentimeter. Frage 4. Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahl abprüfen. Jetzt ganz, ganz wichtig. Ihr als Fahrschüler müsst natürlich überprüfen, ob die Beleuchtung funktioniert. Heißt, ihr schickt den Fahrlehrer in das Fahrzeug und er schaltet dann das Licht ein. Ihr müsst immer überprüfen, ob es sauber ist, nicht gerissen und funktionstätig. Heißt, ob die Birne funktioniert. Diese drei Sachen müssen immer funktionieren. Und wie gesagt, nur was auf der Karte draufsteht. Also, ursprünglich Fahrlehrer ins Fahrzeug. Und dann gucken wir einfach mal. So, dann sagt ihr dem Fahrlehrer einfach, er soll die Bremsleuchten betätigen. Der Fahrlehrer drückt auf die Bremse und ihr guckt natürlich, ob die Bremsleuchten funktionieren. An beiden Seiten und ganz wichtig auch oben. Dafür solltet ihr natürlich 2, 3 Meter vom Fahrzeug wegziehen, damit man das super erkennen kann. Dann das Nächste ist natürlich die Kennzeichenbeleuchtung. Wie gerade erwähnt, ihr ruft nach vorne und der Fahrlehrer schaltet es ein. Und mit der Kennzeichenbeleuchtung einmal kurz drunter halten, wenn man sich genauer erkennen kann, ob die beiden funktionieren. Funktionieren den Ball, fallen beide. Und die Rückstrahler, wie sagt man ganz oft Fahrstuhl in Stela, Rückstrahler machen, kann ich nicht als Fahrlehrer. In dem Fall sind das die hier. Einmal gucken, ob die vorhanden sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und wie gesagt, noch einmal, sauber, nicht gerissen, funktionsfähig. Frage 5. Sichtprüfung von Kühler und Kühleitung und Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes. So, Motor aber schon offen. Erstmal gucken wir bei dieser Frage einmal unter das Fahrzeug, ob irgendeine Flüssigkeit runterläuft. Weil logischerweise Flüssigkeit geht von oben nach unten. In dem Fall liegt nichts drunter. Dann gucken wir uns erstmal hier vorne den Kühler an. Ob er okay ist, augenscheinlich nichts davor hängt. Dann gucken wir einmal hier rein. Ob hier alles okay ist am Kühler, nichts beschädigt ist, nichts davor hängt. Dann gucken wir uns natürlich die kühlen Flüssigkeit an. Hier gucken wir, ob erstmal Flüssigkeit drin ist. Wäre zu wenig Flüssigkeit drin, würde das im Display angezeigt werden. Und wir gucken natürlich die Leitung an, die man sehen kann, ob die dicht ist. Und möchte man diese Kühlflüssigkeit selbst nachfüllen, das könnten wir machen. Nur ganz, ganz wichtig, ist der Motor vorher gelaufen und er war warm, ist da Druck drauf. Kann man sich vorstellen, wie eine Wasserpulle, die man schüttelt, die man dann öffnet. Entweder langsam den Druck rauslassen, langsam öffnen oder abkühlen lassen. Frage 6. Warnleuchte, Funktion, Warndreck, Warnweste. So, bei unserem Fahrzeug, bei unserem Mercedes Sprinter, haben wir alles hinten gelagert. Heißt, natürlich gehen wir nach hinten. Machen die Türen hier auf, werden wir noch einen Hebel. Und wir haben unsere Sachen alle hier drin. Erste Frage ist, Warnleuchte. Ganz wichtig, klar, erstmal muss die Warnleuchte da sein. Als zweites überprüfen wir, ob die standfest ist. Als drittes überprüfen wir, ob die überhaupt geprüft ist. Heißt hier, die Welle und das K. Dann gucken wir, die Funktion schalten wir einmal durch. Arbeitslicht brauchen wir nicht bei uns, weil eine Arbeitslicht oder Taschenlampe, wie man es so nennen kann, braucht nur der Bus. Aber die werden für Bus und L-KW benutzt, deshalb ist die Taschenlampe auch dabei. Aber die brauchen wir nicht. Wir brauchen natürlich aber das Blinklicht. Und zuletzt einmal ganz, ganz wichtig, diese Testfunktion. Das ist eine Feder. Die Testfunktion heißt, ihr haltet gedrückt. Und wenn ihr dann aufblinkt, heißt das, dass die Batterie noch mindestens sechs Stunden haltbar ist. Das ist alles zur Warnleuchte. Dann geht es weiter. Das zweite, Warndreieck. Warndreieck haben wir hier seitlich verstaut. Gucken wir uns erstmal an auf der Rülle, ob das Ding geprüft ist. Heißt hier, die E-Nummer, E13. Dann gucken wir einmal rein, ob das Warndreieck überhaupt vorhanden ist. Und gucken auch hier, ob es geprüft ist. Aufbauen wir uns nicht, es ist aber da. Und ja, das ist zum Warndreieck. Natürlich direkt wieder verstauen. Dann vergessen wir es. Und die letzte Frage ist hier drauf natürlich die Warnweste. Warnweste, natürlich haben wir auch eine vorne liegen. Falls es ein Unfall ist, sollte man ja sofort mit Warnweste aussteigen und nicht erst nach hinten laufen. Aber für die Abfahrtkontrollen haben wir natürlich hier noch eine drin liegen. Beziehungsweise zwei. Hier guckt ihr erstmal, ob die da ist. Dann guckt ihr, ob die sauber ist. Die beste Warnweste, die voller Öl oder brechen ist, ist keine Warnweste mehr. Und dann guckt ihr natürlich zur letzten nochmal nach, ob diese ISO-Norm vorhanden ist. Habt ihr das alles gemacht? Ist die Frage beantwortet? Und auch die komplette Karte.